Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist 7.33 Uhr am Mittwoch, dem 25.04.2018. Und ja, ich war müde, ich bin müde, ich wollte liegen bleiben, aber das geht so nicht. Ich muss zur Arbeit und da werde ich mich auch auf den Weg machen in den nächsten Minuten. Nochmal kurz beim Edeka vorbei am Nollendorfplatz, ein paar Flaschen wegbringen, Pfandgeld abholen und dann, ja, wie gesagt, geht es ins Büro. Heute wieder ein bisschen früher, nicht wie gestern, damit ich heute so gegen 7, Viertel 8 zu Hause sein kann, denn heute Abend werde ich wieder ein bisschen streamen. Wir haben gestern Abend von 21 Uhr an bis 23 Uhr zusammen mit Pantastream hier ein bisschen Dead by Daylight gespielt. Das war ganz witzig. Ich bin erstaunt, dass er so früh aufgestanden ist. Er ist für uns um 5 Uhr morgens am Dienstag, Mittwoch, nee, am Mittwoch, glaube ich, aufgestanden. Das ist richtig krass. Also dafür, dass ich mit anderen zusammen spiele, so ein bisschen. Hm, warum nicht, ne? Also sehr witzig auf jeden Fall. Ja, und irgendwann um halb zwölf war ich, glaube ich, im Bett und ich geschlafen habe, war es kurz nach zwölf. Und, ja, heute um 6 Uhr war ich das erste Mal wach und um 6.30 Uhr bin ich dann so langsam aus dem Bett gekrochen. Ja, mal gucken, was ich heute Abend spiele. Ich glaube, es war Kingdom Come auf dem Plan, aber ich glaube, ich will Bioshock zocken heute Abend. Wir gucken's mal. Wir gucken's mal vor allen Dingen. Wir gucken mal, was passiert. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine angenehme Wochenmitte, einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht ärgern, lasst es euch nicht langweilig werden und wenn ihr mögt, sehen wir uns in etwa zwölfeinhalb Stunden auf YouTube oder Twitch oder beidem. Wer weiß das schon. Also, bis dann. Tschüss.